so herzlich willkommen zu einer weiteren folie mit newcastle united wir haben das letzte spiel mit einem unentschieden abgeschlossen das nächste spiel steht bevor gegen aston villa und max clark sollte eigentlich wechseln versuchen wir drei angebote alle anzunehmen so newcastle gegen aston villa ist das nächste spiel darauf sollten wir uns vorbereiten ganz klar wordford gegen arsenal 1 0 jack turner ist jetzt eigentlich der jüngste spieler chronik rekorde gibt es das jüngste spieler meiste tore manchester united spieler der saison okay torrekord suchen wir den jüngsten tor schützen und den jüngsten spieler terrick forster 22 august 1964 das können wir gar nicht schlagen 15 jahre und 185 tage außer wir schauen in die mannschaft hinein spieler in die mannschaft hinein sage ich primordivision gehen wir noch einmal auf newcastle da ist die u18 haben wir da einen mannschaften so spieler haben wir hier einen jungen talentierten spieler nein 16 regen thomas alle spieler 16 16 16 16 oliver marshall spielt in der jugend newcastle u18 möchte ich wissen wie das allgemein ausschaut allgemeine infos allgemeine infos kader info ist mittelfeldspieler ja fahren wir fort newcastle hat hier ein match akzeptieren akzeptieren wir noch diesen 15 jährigen sportdirektor rein minutski frage von begeistert von david moss so aber begegnungen fortfahren karabau cup auch gar nicht so schlecht ist der karabau cup all mouth gegen liverpool und wolves gegen brighton sieht doch ganz gut aus liverpool gewinnt auch in der schlussphase hier fallen die tore in der schlussphase so fitness test bestanden schauen wir mal auf die spielvorschau team auswahl so maxim aha da kann sogar der torhüter auf der linken position spielen sehr interessant danny rose so wenn stellen wir dann auf versuch wie mal schauen wie alt ist er 30 jahre alt carol andy carol rose mal schauen wie die so harmonieren dann joshinori muto oder schuliton hat den vollen namen schuliton nee ist aber 18 millionen euro wert gehen wir mal zum spiel so los geht's el gazi aber kurz zu den einstellungen was gibt es hier regisseur 2d classic versuchen wir die einstellung die schaut doch ganz gut aus drinkwater konser el gazi drinkwater danny drinkwater kommen über die außen gefährlich und er geht drüber abstoß für newcastle united share mit dem weiten abstoß joshinoramuto tor 1 zu 0 ich wollte sie loben mache ich jetzt auch so sehr gute führung sehr gute führung sehr gute führung wollt ihr sie in der 2d classic sehen dann schreibt das in die kommentare denn dann mache ich das ganze wieder in der normalen und da ist die nächste torschance in der normalen 3d so kommt mir vor ist läuft das spiel flüssiger weiter ein wurf uh das ist gefährlich samata lazaro lazaro jetzt ist er drin das gibt es auch nicht mit der nächsten ecke und jetzt ist er drin er bringt ihn ja rein meine herrschaften yoshimaru mito eckball lazaro und mit einem schönen kopfballtreffer geht es hier hoffentlich in die pause anstoß rose muto wird hier gestoppt muto setzt sich wieder durch 3 zu 1 hatrick yoshinoramuto schön gemacht er hat sich die aufstellung verdient setzt sich hier durch verstolpert hier wenn der sich wenn der gefallen wäre hätte es hier wohl rot gegeben dann lazaro eckball der spieler wechsel schon liegt dann für andy carroll und lovo meyer möchte ich hier mit reinsetzen der verletzt war der hat bis zur 63. gut durchgehalten drinkwater benny drinkwater konzer konzer samata schon wieder dieser samata naja und es ist maximin den ich gerade auswechseln wollte naja mit dem schönen freistoß der kroatie und das schöne tor diese position achtung na was machst du jetzt gehst du alleine ja 5 zu 2 naja alance maximin was so ein schönes tor dann müssen wir ja gleich mal loben und vielleicht kriegst ja du auch deinen hatrick wechsel wir setzen den neuen spieler statt isaac hayden ein perfekt so samata ein paar paar 5 zu 3 hier fallen sehr viele toreherrschaften mehr voran wieder mal el gazi gut abgefangen gut ab gut ab gut ab 83 breite einwurf und da ist der ballverlust ein paar paar frank water gilbert über die außen 5 zu 4 meine herrschaften naja also das ist ja lächerlich kommt schon das 5 zu 4 werden wir wohl über die runden bringen was macht ihr denn da ihr sollt den ball weg spielen ja sehr gut und er geht schon wieder aufs tor und das ist der sechste tor die hoffnung in diesem spiel wir haben mehr vor dann können wir nicht da die außen geht hier noch einer rein nein Eckball oder den Eckball macht er nicht mehr 6 zu 4 ja meine herrschaften ich wollte noch die statistik anschauen ist auch egal leidenschaftlich Statistiken schauen wir das einmal an 25 schüsse 16 aufs tor die machen 4 von 7 schüssen aufs tor rein haben nur 12 mal aufs tor geschossen madrid nicht registriert er nicht registriert leon nicht registriert hat einen kreuzbandriss aber 6 zu 4 meine herrschaften ja von dem her beende ich das ganze sag dankeschön fürs zuschauen und bis zum nächsten mal ciao ciao servus grüß euch bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal